Eine 21-jährige Frau ist gegen 21 Uhr auf dem Heimweg. Als sie ihr Haus auf der Fritz-Werner-Straße in Mariendorf betritt, versucht ihre ein Mann, der sie anscheinend verfolgt hat, die Tasche zu entreißen. Doch die Frau hält fest, wehrt sich nach Leibeskräften und ruft laut um Hilfe.Daraufhin prügelt der Angreifer auf sie, zehrt sie in den Hausflur und drückt sie dort zu Boden. Auch als sie auf die Treppenstufen prallt, hört er nicht auf, sie zu schlagen.Schließlich gelingt es ihm, ihr die Tasche zu entreißen. Mit seiner Beute rennt er davon.Womit er nicht gerechnet hat, nur einen Tag nach dem Überfall erkennt die junge Frau ihren Peiniger in einem Bus der Linie 277 wieder. Sie alarmiert die Polizei. Die Ermittler sichern die Aufnahmen aus der Überwachungskamera und fragen jetzt wer kann Hinweise zu dem Tatverdächtigen und seinem Aufenthaltsort geben.